Prostrunde! Das sind die Halbfinalspiele und der Hauptrunde. Plommer gegen Zeyr. Und Ferdinand Kislinge gegen Daniel Grubitz. Hier die beiden, die mehr auf Sicherheit spielen. Wenn es da um Vorgeheangaben geht, ist das oftmals die bessere Kopik. Hier der Kilo mit dem riskantesten Stuhl. Der aber gut aus hier auch mal ein paar Bälle schupft. Das ist nämlich unnötig, was zu riskieren. Kislinge nicht ganz technisch vermutlich so gut wie Grubitz, aber auch nicht ganz so charakterienmäßig. Es wird ein spannendes Mitsch werden. Der Kilo mit dem Weg ist, und Kilo mit dem Weg ist das Zendel. Wir schauen mal, bis ich noch mal wieder lebt. Ich bin der Fall. Ja, da gibt es jetzt nicht mehr ganz so viel vor, David Bunko, und dementsprechend muss für jemand ein bisschen länger auch was riskieren. Das tut ja, aber ich glaube noch nicht. Das tut ja auch nicht mehr so viel. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Und der erste Satz ist dann noch an. Und hier steht es 1-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 4-1. 4-1. 4-1. 5-1. 5-1. 5-1. 7-1. 8-1. 5-1. 5-2. 5-1. 5-1. 10-1. Ich bin froh, ich bin froh. Applaus 10 zu 8, 2 Sitzen, 2 zu 9.